Das neue Fortnite-Update ist eines der besten aller Zeiten. Lass es mich erklären. Heute haben wir das große Avatar-Update bekommen und glaubt mir, wenn ich euch sage, dass es einfach geisteskrank ist. Wir bekommen die Tage den lang erwarteten Upper-Gleiter ins Spiel, den jeder Fortnite-Spieler kostenlos freischalten kann. Die Animation ist einfach perfekt und ich werde sicherlich nie wieder einen anderen Gleiter benutzen. Es gibt auch drei neue mythische Waffen aus dem Avatar-Universum. Das Feuerbändigen, das Luftbändigen und das Erdbändigen. Die Avatar-Items werden euch mit entsprechenden Icons auf der Map angezeigt und in solchen neuen Truhen zu finden sein. Das Luftbändigen sollte aufgrund des krassen Movements für die nächsten Wochen die neue Meta werden und das Erdbändigen ist ein wahrgewordener Traum für alle Null-Bound-Spieler, da ihr damit immer wieder Steinwände ziehen könnt. Als ob das nicht genug wäre, bekommen wir noch vier neue Avatar-Skins ins Spiel. Zuko, Toph, Katara und natürlich auch Aang, der direkt zwei Skins mitbringt. Pro Avatar-Skin müsst ihr aber sehr tief in die Tasche greifen. Ganze 2000 V-Bucks will Epic von euch pro Skin. Am Freitag startet dann auch endlich der Avatar-Battle-Pass, den ihr für 1000 V-Bucks bekommt und euch so Aang erspielen könnt. Und nein, der Battle-Pass von Season 2 endet dann nicht, sondern läuft bis zum Ende der Season weiter. Also keine Sorge.